Ob ich ihn höre? Ja, hier ist Gegner. Schau, pass auf. Hier. Oh mein Gott! Ich cheate! Ich cheate! Der ist down. Der ist down. Bruder, was passiert hier? Der ist down. Der ist down. Der ist down. Oh mein Gott. Schau mal. Wie kannst du das? Okay, ich dachte mir, wie überlebt er das? Schau mal, schau den Sound an. Schau den Sound an. Schau den Sound an. Bruder, was ist denn für ein Sound? Abi, was ist denn? Er holt mich. Weil er der Beste ist. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste, Train. Ich bin der Beste, nicht er. Jo, was geht ab, ihr Rahms? Wieder ein neues Gameplay am Start, beziehungsweise es sind zwei Gameplays. Wir haben hier den neuen Sound von Art is War ausprobiert. Link in der Beschreibung, also der YouTuber. Und ich muss euch sagen, ich finde den Sound sogar, also die Einstellung für den Sound sogar unfair. Also die Audio-Einstellung. Man muss irgendwelche Programme runterladen und konfigurieren. Schaut euch das Gameplay natürlich an und hört es einfach und sagt selber in die Kommentare, was ihr davon hältst. Es ist echt heftig. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir streamen täglich auf Twitch. Wenn ihr mitspringen wollt, wenn ihr quatschen wollt, wenn ihr dabei sein wollt, schaut gerne vorbei. Und jetzt die Tage auch auf TikTok und beziehungsweise auf YouTube parallel, also wir werden auf allen Plattformen streamen. Schaut einfach auf irgendwelchen Plattformen vorbei, beziehungsweise wenn ihr könnt, schaut auf Twitch vorbei. Weil da ist es immer am besten, den Chat zu kontrollieren und mit den Leuten zu quatschen. Aber ich streame auf allen Plattformen demnächst. Und lass noch einen kostenlosen Abo hier. Vielen Dank für den Support dafür. Unsere Challenge ist ja immer noch am Start, dass wir jeden Tag ein Video hochladen. Wir landen schon seit 24 Tagen hoch. Ja, fast den ganzen Monat. Und wir wollen das einfach halten. Und schauen, wie lange wir das Ganze machen, wie lange wir Bock drauf haben. Und jetzt viel Spaß bei den Gameplays. Heit! Wo wir schnell Geld machen können. Hier? Guys, let's go hier. Bruder, die kommen einfach nicht mit raus. Show sie an. Was für Kinder. Mein Gott, kommt doch einfach mit mir. Ja, ich brauchte nicht alleine zu landen gegen beschissene fünf Leute. Weil es ist scheiß Noobs. Ah, kommt er da rein. Der Luca Gaming kommt dahin. Schau mal den Sound an. Abi, guck dir den Sound an. Bitte, guck dir den Sound an. Die Pre 10. Ich muss hier weg kurz. Habe ich gedacht, ja, Bruder, wie viele muss ich denn noch dauern, Mann? Fucking Noobs, Mann. Das sind solche nur... Ja, am Anfang ist immer laut, gell? Achso, das kann man... Nur, ich... Ich hör die Gegner so krass. So krass. Die Streaks sind einfach zu laut. Ich kann leider die Streaks nicht leiser machen. Wären die Streaks nicht so laut, wäre das Spiel hundertmal besser. Fuck, Mann. Was soll ich hier oben machen? Ich brauch eine Waffe. Team mit Team mit hier ist ein Gegner. Bei, bei. Schau mal. Ich bleib hängen. Ich bleib, ich bin tot, ich bin tot, weil er bot ist. Aber er kann mich nicht töten. Oh mein Gott. Schau mal. Wie kannst du... Wie kannst du das... Okay, ich dachte mir, wie überlebt er das? Guck mal, guck dir den Sound an. Da ist der Gegner. Er pusht mich, schau. Da, er pusht, schau. Da oben, er ist da oben. Er pusht mich, schau. Du da... Nein, nein, nicht dein Ernst. Du da, was passiert dir? Ich hör die Gegner so laut. Schau, er pusht mich, schau. Da ist hier, da vorne. Ach, Bruder. Hier oben ist noch einer. Guys, where are you from? Hier sind noch Gegner. Hier sind noch. Da oben sind noch welche, da oben. Schau mal, Schau, 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 Schau. Schau, 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 Schau. Da ist noch einer. Hat er mich gesehen? Na, da, da. Guck dir den Sound an. Bitte guck dir den Sound an. Das ist ein Cheetah-Sound. Versteht ihr, was ich meine? Ich hör einfach... Train, was ist das? Ich brauche andere Waffe noch. Ich brauche noch eine MP. Ich habe keine MP. Schau, Gegner links zu mir, ich hör sie. Schau, schau ich hin. Schau mal. Ich... Bruder, was ist das, Train? Ich brauche eine andere Waffe noch. Gib mir eine andere Waffe. Gib mir eine andere Waffe, Mann. Die Waffen ist eine Sniper. Brauche ich eben nur Schmutz auf. Hier sind noch Gegner. Da landet einer. Ich habe ihn ge... Schau. Habe ich auch. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Scheiß Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Hier ist... Aber die Kisten sind noch zu laut, leider. Jetzt habe ich eine andere Waffe. Ich war noch nie so lange am Leben, sagt der. Guys, where are you from? Ich hatte noch nie zwei Kills, sagte Arme. Aber er sagte, ich habe noch nie zwei Kills, sagte er. Hört man die? Komm, wir gehen runter. Die pushen mit mir mit, glaube ich. Da snipet die Hand. Ist bei Team-Mate wieder Gegner? Ah, da kommt Lodi. Let's go, Lodi. Ich hatte nur den Zweig. Da sind Gegner da oben. Okay, warte, wir pushen die Ehrenlosen da. Sniper. Warte, er wird gleich gefickt. Gib mir eine Sekunde, er wird gleich gefickt. Oh mein Gott, Sniper. Oh mein Gott, Sniper. Der Beste. Er ist der Beste, Trainer. Er ist einfach der Beste. Ich schwere, er ist der Beste. Warte. Jetzt werden die gefickt. Die werden gelasert. Schau. Schau den an. Nummer 1 Laser rum. Der andere wird jetzt noch da oben gefickt. Warte. Bruder, was machen diese Gegner? Schau mal, wie bad die sind. Schau mal, wie bad die sind, Train. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Bruder, was passiert hier? Der ist down. Der ist down. Der ist down. Bruder. Was mache ich mit denen? Aber das ist nicht so gut. Ich weiß. Oh mein Gott. Ich habe beste Sound. Links waren noch Gegner. Yo guys, where are we from? Linksten Sniper. Warte. Er holt mich. Weil er der Beste ist. Nein, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste, nicht er. Ich bin der Beste. Warte. Wo war? Da war noch einer. Wo ist denn der andere Sniper? Ich werde von da angeschaut. Wo? Da war noch einer. Rechts und wo? Hier war einer, oder? Hier war noch einer, Abi. Wo ist der Bray? Warte. Ob ich ihn höre? Ja, hier ist Gegner. Schau. Pass auf. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich cheate. Ich cheate. Ich cheate, Train. Ich cheate. Ich habe ihn. Habt ihr den gehört? Bruder, sag mir nicht. Ich habe sie nicht gehört. Sagt mir nicht. Ihr habt es in Berlin nicht gehört. Wir gehen rüber. Warte, wir gehen auf das Dach. Jetzt muss ich kurz chillen. Ja, hier sind mehrere. Wir können da oben noch Gegner sein. Da landet einer. Bruder, wie kannst du so viel schlucken? Wie viel hat er gerade geschluckt, der Typ? Habt ihr das gerade gesehen, wie er geschluckt hat? Das ist zu laut, schau. Die Streaks sind zu laut, hörst du? Da hörst du jetzt nicht Gegner auf einmal. Da ist einer. Der ist da. Da drin ist noch einer. Wo ist er? Die Streaks sind so laut, schau. Ich höre die Gegner nicht wegen den beschissenen Streaks. Bruder, er pusht, er pusht. Ich höre ihn. Ja. Die pushen mich, die pushen mich. Man hört das. Warte. Ich will nicht unnötig sterben. Wisst ihr, was ich meine? Diese Streaks. Bruder, diese beschissenen Streaks. Schau, wie laut alles ist. Ich höre nichts. Weil diese Besch... Schiss. Da ist einer. Da, da, da oben ist einer. Da. Bruder, wie viel schluckst du, du und deine Mutter, du ehrenloser. Der ist dauernd. Kann ich den noch finischen, Wichser da oben? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe noch schnell eine Drohne. Warte, scheiß Konterdrohne. Wo ist diese beschissene Konterdrohne? Wo ist die? Andere Seite an. Ich... Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Fire. Von wo hat er geschossen? Ich habe kein... Wo ist... Irgendwo von da. Die scheiß Konterdrohne. Da oben jetzt sehe ich ihn. Du bist fucking One-Shotter, dann, Bro. You fucking One-Ey. Er ist... Er läuft hier rein wahrscheinlich. Er läuft wahrscheinlich hier rein. Warte. Irgendein Sniper. Da ja. Und da ist noch einer drin. Warte, Drohne jetzt? Okay, da ist keiner mehr. Dann gehen wir auf die andere Seite. Warte. Äh, Muni. Komm. Wer, der trifft mich mit dem Prezi. Ich scherfe meine Mutter. Ich krieg diese. Kann er mich hier mit Prezi treffen? Boah, wie laut ist das, gell? Jetzt können wir gehen. Oben ist noch einer. Hier auf dem Dach. Wir sitzen voll scheiße hier. Position-mäßig, finde ich. Da snipet jemand irgendwo links. Ah. Ich dachte, da war ja einer gerade. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Schau, schau sie an. Schau sie an. Wie viele Leute da links sind. Wie viele ich gedauert habe. Einfach trainen. Und trotzdem sterben die nicht. Da ist auch einer. Da. Bruder, wie viele Sniper sind da einfach. Schau sie an. Die denken, die sind... Da läuft einer. Warte, den fang ich jetzt ab. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich kann nicht pushen. Pass auf. Warte. Wenn die Kiste nicht so laut wäre. Die beschissene Kiste hier drin ist so laut. Jetzt. Aber jetzt würde ich ihn hören. Gegner. Da. Bruder, nicht dein ernst wichtig, Gegner. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Beste Sound in dem Spiel. Beste. 18 Kills. Let's go. Teammate verlieren hinten die Gunfights. Die sind doch... Die sind fucking Bots. Die sind nicht so gut. Die können wir alle hopsen. Warte. Alle tot? Oder leben hier noch welche? Ja. 18 Kills. Ich höre Gegner auf einen Kilometer. Was was sie machen? Warte mal. Wir tun das weg. Das weg. Und nehmen die Gasmaske mit. Ja, mehr. Was soll ich sagen? Guck, das ist normal. Das ist ja fast cheating. Bro. Warum nimmt er diese ganzen Munis auf? Niemals will ich 100. Wo? Wir müssen rotieren, gell? Wir müssen langsam rotieren. 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 Rotation. Ich weiß nicht, ob wir über links spielen sollen. Mh. Über links oder rechts. Da ist jemand drunter gesprungen. Weißt du, was mich langweilt? Diese beschissene Maske. Die wird mich komplett später töten. Mev. Weil ich sehe nichts davon. So. Okay. Es gibt... Warte. Da ist ein Gegner. Ich will auf Win mal spielen kurz. Die Kills kommen automatisch. Wir müssen rotieren. Schau mal, wie die Händchen alle hatten hinter mir. Die Teammates. Wir pushen die. Da. Da. Was für eine Waffe. Mev. Was für eine Waffe. Bro. Oh. Diese Waffe. Hintauschen. Wir sind Gegner. Wir sind Gegner. Man hört sie. Neben mir. Genau neben mir. Er ist hier drin. Warte. Hier. Bruder. Was ist das? Was ist das? Warte. 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 Wir fangen die jetzt ab. Warte. 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 Wir fangen die jetzt ab. Wir fangen den Idioten da oben ab. Gib mir eine Sekunde. Ich darf jetzt hier nicht sterben, Mann. Wir haben eine gute Chance. Wir haben eine gute Chance, sagt er. Die dauernd. Wie kannst du da oben nicht sterben? Der Typ muss doch hinter uns immer noch sein. Wo ist er? Haben die einen Tod? Dann rotieren wir. Warte mal. Wie können die Leute rechts abfangen? Geh? Das ist voll süß. Da ist einer. Warte. Da wird jetzt hier sterben. Links. Links. Nicht dein Herz. Ich werde hier sterben. Ich bin tot. Ich bin tot. Oder auch nicht. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Jetzt müssen wir unsere Gasmaske anziehen. Gasmaske anziehen. Das war mein Kill, Bruder. Wir müssen weg hier. Da rechts ist einer. Rechts ist einer. Aber, Bruder, wenn du mich jetzt tötest, werde ich das Spiel löschen. No way. Fuck way. Fuck way. Fuck way. 20 Bombs. Fuck way. Ich kann nicht sterben. Ich habe Cheats. Ich höre die Gegner auf. Drei Kilometer, Michel. Glaub mir das. Ich kann nicht sterben. Okay. GG. Wir haben gewonnen. Weißt du auch rum? Ich gehe da hoch. Warte, ich hole die Kills noch schnell. Die wissen nicht mal, dass ich Deutscher bin. Wo sind die? Er ist wahrscheinlich hier oben drin, oder? Ich höre die noch nicht, weil die Kissen so laut sind. Hinter mir. Da. Er ist hier links von mir. Ich höre ihn. Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Er ist genau bei mir. Er ist genau bei mir. Da. Du bist auch tot. Es gibt ins. Jungs, GG. Ich höre die Teammates nicht mehr. Da ist Gegner. Boah. Was für eine hässliche Waffe. Ich schwere, diese Waffe ist so nötig. Ich verliere immer ganz weit wegen dieser Waffe. Immer. Ich brauche nur Plate. Eine Plate, bitte. Eine Plate. Dann können wir hier reingehen. Hier ist einer drin. Okay, dann geh mal. Schau mal, schau. 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 Schau den an. Bruder. Du bist so ein Hurensohn. Du bist ein... Schau ihn an. Er steht einfach nur da. Und trifft mich die ganze Zeit random mit seinem... Den habe ich jetzt nicht gehört. Weißt du warum? Den hätte auch keiner auf dieser Welt hören können. Warum? Weil... Weil fucking Killstreak gerade... Genau da in dem Augenblick ging Killstreak durch. Der hat meine Waffe geglaubt. Bro. Warum klaust du meine Waffe? Weil du ein elendiger Bastard bist. Scheiß Teammates, die einfach lutschen wollen. Ich gib... Da ist doch Cash. Warte mal, ich kann... Warte mal. Hier. Aber der Blaue versteht, was er macht. Kann auch sein. Ganz zu viel beleidigt. Oder ich hab... Vielleicht ist eine Einstellung falsch oder so. Aber ich... Weiß ich nicht. Hä? Warum geht... Alter, die Kopf... Die... Let's go. Vielleicht ist irgendwo was falsch bei mir. Also sprich... Dass der Sound falsch kommt. Oder der Voice Chat... Voice Chat Output... Eigentlich nicht. Jetzt probieren wir die MG mit Schalldämpfer. Ich hab's die ganze Zeit ohne... Ohne Schall... Ohne Schall... Ohne Schall... Ohne Schalldämpfer meine ich. Ist sogar noch leiser die Waffe, gell? Ich schwöre, die Waffe ist noch leiser mit Schalldämpfer. Wenn du schießt. aber schießen die da vorne dann pust mal die kommt beginnt war die kids diese beschissenen kids wie katharina die regen mich so hart auf diese beschissene wie wie laut diese killstreak sind also total diese beschissenen killstreak ärgern diese so laut so unnötig man warum bringt mal so schmutz raus ich glaube auf der anderen seite sind die oder ich glaube nicht dass die worte motor da landet dann da ist er merkt oh mein gott er merkt nicht mal dass die mitte 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 bist du dumm da ist doch ein gegner neben dir wie hast du das überlebt wie hast du das überlebt bruder kommen wie krass das sound ist jetzt oh mein gott ich liebe diesen sound ärgern das einzige problem ist die killstreak schaut sie sind zu laut aber dann für mich zu laut was denkst du wie der gegner damit noch ein weniger hören oben über mir ist jemand warte wo ist er hier ist einer wo unter mir unter uns und da das ist so geil einfach mit dem sound oh mein gott was spiele ich hier war spiele ich hier da ist noch einer warte der ist unter mir glaube ich oder warte du hast so viele schritte das ist nicht normal paranoia einfach paranoia paranoia links gegner links auch von uns hier hier ist einer arbeit gegen arbeit bei team es sind noch gegner bei team es sind noch gegner wo hier ist noch jemand oder ja hier oben darum oder bruder was willst du alter guck das an es ist komplette schieten auf andere seite ich höre die gegner hinten schießen hört sie die auch die schießen wie die auf der anderen schießen wie diese kisten anträgen die sind so dumm laut rechts rechts von mir irgendwo rechts von mir der landet auf mich der ist tot aber der ist hier drin schau ihn an wie er hat glitscht naja bruder wie hast du das hier hat überlebt man wie die alle überleben wo ist diese beschissene konnte drohne die keinen sinn hat so kanter juli weg der ist tot bei bei wollen das gute ist ja jetzt müssen langsam wieder ein hier konnte drohne bruder wie viele konnte drohen nach so da liegt noch einer unter 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 uns entgegner mit schott kann warte da rechts sind noch gegner 100 prozent rechts ich nehme mal diese gasmaske mal mit wo ist sie wusste justin case warte mal ich kann die haben alles das mitnehmen bruder da ist noch eine in der luft in der luft der wird in der luft rasiert nein hey die da hinten regen mich so hat auf diese piss gesicht erwarte die werden jetzt gefickt ist er da unten drin warte der ist noch da unten drin aber der wird gleich rauskommen warte die gas ich will diese scheiße hier weg tun so gasmaske weg jetzt da ist immer noch eine wollen wir gehen aber du bist gleich tot hat er den bruder da ist gegner ich habe also gehört ich habe das gehört ich habe dich gehört nicht dein ernst nicht dein ernst da ist noch einer drin einfach cheaten ich will der ist bruder was mit ihm los da ist immer noch da drin sein teammate sein teammate wird jetzt auch sterben nicht schlau nicht dumm was er da mord hat du bist tot gut er tötet mich fast mit dem mord tag was sind was für bastard warte er soll ich von der linken sein nächsten nächstes mal nächstes mal kannst du mich langweilen aber heute nicht wir müssen uns werden diese beschissenen konter drohen man schwör diese konter drohen wo ist diese konnte ohne wieder wie viele konnte drohen denn noch in einer runde da komm 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 der ist tot wie sie gesagt ich muss nachladen oben auf dem dach so dieses problem ist bei der waffe du musst so oft nachladen man da 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 schau dir nach wie er da hat glitscht schon mal wer besser trifft ich link bye bye gut ist rasiert wir müssen zusammenspielen braut zusammenspielen zusammen sind wir die besten zusammen werden die sie hat jetzt können wir sie abfangen ärgern jetzt wenn ich gegenüber von uns zusammen wo ist er wohl wenn ihn kommt wohl wenn ihn wollen wir wollen einfach was denkt er wer ist train was denkt wer ist er denkt er ist es diesen auch da drin tod jetzt kommt da raus kommst du raus dann seid ihr alle tot warte da der links tot da kommt noch einer tot 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 ich brauche muni brauche ich brauche muni aber es schaut schon sehr cheat mäßig aus sei ehrlich nein die meine waffe ich brauche muni brauche ich brauche fucking ar muni schau ich habe keine ich habe noch nichts muni diese nix muss nie nix diese munition er habe ich habe mir das mit ich brauche munition die mir ar muni bitte gib mir ein bisschen ar muni ich brauche munition haben die muni für mich die geben mir kein muni anyone got big big booty rounds wo gibt es die muni ich finde nie muni guckt euch das an weil der spielt mich einfach verarschen will vorläuft guckt euch das an ist der brä versteht was ich brauche da rechts wir würden sie auch wie fangt jetzt rechts abwarte kommt mit ich werde geblockt rotiert sind auch gegner wo sind die hier ist keiner mehr hier kann ich ja keine doch alter aber krass hat sich nicht bewegt ja wenn du dich nicht bewegst wenn du dich nicht bewegst hörst du die gegner nicht verstehst dass ich mein wenn er da sitzt wie seinem mutter schon den habe ich auch nicht gehört weil er nicht krass wo bruder der laser ist ja richtig hara mäßig der kleine brä warte 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 komm mit komm mit jetzt streaken wir da rein und drohen kaufen einfach drohen kaufen da sind gegner sind gegner beim shoppen wo ist er da vorne franzose der püt der püt der püt der püt der püt bei ich habe ich gerade mit sie gemacht wir müssen pushen wir müssen weiter sonst haben wir verloren die feiten da oben was ist mein katharina der ist der sind da tot wie überlebt er das weil er ein schild hat weil er ein schild hat ich selber ich selber durch schau mal warte ich kann die teammates kaufen die menschen kann ich kaufen give me one second mama warte mal mehr so was sind die mächtig bin schau was was die mächtig bin der typ ist doch jung oder der beschissene wo bist du der ist da drinnen hat gekauft klar aber wird sterben wo bist du wo ist er in der luft der in der luft die rasiert du bist ein scheiß bord bei es ist vorbei für dich einfach durchdrücken einfach durchdrücken einfach durchdrücken gg guys gg